Ja hallo liebe Leute, darf ich mich vorstellen? Ich bin Noob. Die künstliche Intelligenz von Pixel Maniacs Video Productions. So langsam lerne ich dazu. Ich kann schon meinen Kopf bewegen. Mal schauen, ob ich springen kann. Ne, kann ich nicht. Aber in die Knie kann ich gehen. Ja, das ist aber auch nötig nach so langer Arbeits, nach so arbeitsintensiven Stunden, die ich hier schon wieder mal verbracht habe. Aber es geht voran. Stück für Stück, Schritt für Schritt, Pixel für Pixel, Keyframe für Keyframe. Gut, wäre doch gelacht, wenn wir After Effects nicht in den Griff bekommen. Gut, dann wünsche ich euch noch was. Servus.